Musik Wir sichern uns Stern Nummer 4! Fußball-Weltmeisterschaft 2014 Public Viewing in der Commerzbank Arena Frankfurt. Damit das Fernsehbild und auch das Rahmenprogramm dort auf der LED-Großbildwand gut zu sehen ist, sind wir für die Technik zuständig und arbeiten heute mit 5 Kameras und unserem Ü-Wagen Ü1 HD. Der magische Glasfaser-Anschlusskasten der Commerzbank Arena. Hier kommt alles an, was von draußen raus geht und es geht alles zurück, was von draußen reingeht. Und zwar über Glasfaser, verlustfrei und natürlich in HD. Musik Große Ereignisse brauchen große Bilder und große Bilder brauchen große Optiken. So haben wir unter anderem eine 36-Fach-Teleoptik im Einsatz, hier zu sehen auf der Kamera 1. Musik Im Ü-Wagen laufen alle Bild- und Tonsignale zusammen. Und was dann draußen zu sehen ist, das entscheidet ein Sport-Urgestein am Bildmischer Thomas Kessler. Und genau dem schauen wir jetzt mal über die Schulter. Musik Wir kommen gleich in die Werbung. Ja, Werbung kann los, jetzt sage ich. Okay, und Achtung, Ton runter und Werbung ab. So, dann haben wir jetzt 4 Minuten 30. Und dann kommen wir direkt in das Gewinnspiel, richtig? Dann kommt Daniel hoch. Könnt ihr nochmal nehmen dann mit der Kamera? Achtung, Dieter mit der Kamera 1. Und dann kommen Fans aus der 2. Und dann haben wir, wie gesagt, auf der Bühne das Gewinnspiel. Aber noch 3 Minuten Entspannung. Wir sind Weltmeister. Dasselung rüber. Und dann jungle fünf. Oh. Bis dato. Bis42. Bis dato.